Subtech ist ein norwegischer Hersteller von Ladestationen für Elektroautos mit einem umfassenden Ansatz zur Energienutzung. In einer Welt, in der die Meinungen zur Revolution der E-Mobilität geteilt sind, streben wir nach dem perfekten Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und Wirklichkeit. Wir lösen drei unterschiedliche komplexe Herausforderungen. Erstens, für Ihr Gebäude benötigen Sie Ladelösungen, aber der Netzanschluss ist begrenzt. Zweitens, es ist kostspielig und Sie möchten nicht direkt 10, 30 oder 50 Ladestationen auf einmal installieren. Drittens, die Verwaltungsaufgaben sind sehr zeitaufwendig und kompliziert. Wie lösen wir nun das Problem? Steht Ihnen genügend Strom zur Verfügung? In den meisten Fällen ja, obwohl viele behaupten werden, Sie bräuchten teure Aufrüstungen, um die Kapazität zu erhöhen. Sie stützen sich dabei auf ungenaue Berechnungen und konzentrieren sich auf die Spitzenlast, die typischerweise morgens und nachmittags auftritt, wenn viele Bewohner gleichzeitig viel Strom verbrauchen. Dabei wird der tägliche Gesamtverbrauch häufig außer Acht gelassen. Subtech bietet eine Lösung. Subtech Sense, unser intelligenter Sensor, wird in Ihren Sicherungskasten angeschlossen. Sie misst den Verbrauch in Ihrem Gebäude und regelt für einen optimalen Lastausgleich die Ladegeschwindigkeit an allen Ladestationen. Sie können außerdem problemlos Verbrauchsgrenzen auf Grundlage der Energietarife festlegen. Darüber hinaus bietet Subtech einen patentierten dynamischen Phasenausgleich. Jedes Gebäude hat drei Stromphasen. Der Verbrauch ist jedoch selten perfekt zwischen diesen Phasen verteilt. Und da viele Elektrofahrzeuge nur einphasig laden, besteht die Gefahr, dass die Ladegeschwindigkeit gedrosselt wird, wenn mehrere Autos gleichzeitig auf derselben Phase laden. Mit unserem dynamischen Phasenausgleich ist es so, als ob wir die Autos auf dem Parkplatz bewegen würden, um alle drei Phasen gleichmäßig zu nutzen. Das geschieht automatisch. Wir können auch zwischen ein- und dreiphasigem Laden umschalten. Und was ist mit den Kosten? Mit Subtech brauchen Sie sich keine Sorgen über eine hohe Kapitalbindung machen. Beginnen Sie klein und bauen Sie aus, wenn die Nachfrage steigt. Starten Sie mit zwei Ladestationen und fügen Sie je nach Bedarf jeweils eine weitere hinzu bis zu 10, 30 oder 1000. Sie zahlen nur, wenn Sie sie benötigen. Keine festen Bindungen. Wie vereinfachen wir die Verwaltung? Nun, unser Ladesystem lässt sich nahtlos mit dem von Ihnen bevorzugten Zahlungsdienstleister verbinden. Es ist so einfach wie das Umlegen eines Schalters. Subtech hat es sich zur Aufgabe gemacht, das weltweite Wachstum von Elektrofahrzeugen zu fördern. Dazu muss das Aufladen einfach, effizient und smart sein. Wir verändern unsere Welt mit wegweisenden Ladelösungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017